ja moin moin willkommen hier aus dem hohen norden nummer vier glaube ich der geogebra videos heute am start und zwar will ich euch heute nur kurz erklären wie ihr hoch und tiefpunkte findet also die x stellen der hoch und tiefpunkte einer funktion wo sind also extrem stellen dazu müsst ihr und ich hoffe das wisst ihr schon die erste ableitung der funktion gleich null setzen wie mache ich das jetzt mit geogebra ich habe hier oben schon mal eine funktion eingegeben und zwar x hoch drei plus zwei x quadrat plus eins die ist hier schon gezeichnet auf dem kleinen zeichenblatt und wir sehen hier aha hier in dem bereich befindet sich ein hochpunkt und hier ich würde mal sagen direkt auf der y-achse befindet sich ein tiefpunkt wenn ich jetzt den schnellsten weg suche um herauszufinden wo sind die x stellen der extremwerte dann klicke ich einfach mal in meinen eingabebereich und gebe jetzt folgendes ein ich möchte eine gleichung lösen und welche gleichung f strich von x gleich 0 ich möchte die ableitung der funktion f gleich 0 setzen und gucken wo da die welche x werte diese gleichung erfüllen wo also die x werte die möglichen extremstellen liegen ihr wisst um dann herauszufinden sind es tatsächlich extremstellen und habe ich an der einen stelle ein hochpunkt oder vielleicht ein tiefpunkt brauche ich noch die richtig hinreichende bedingung das vielleicht habe ich das auch noch gleich hier mit im anschluss ran aber vielleicht auch nicht naja egal jetzt erstmal löse gleichung da klicke ich einfach drauf jetzt ist dieses wort gleichung mit den beiden klammern da schon markiert ich möchte jetzt welche gleichung hier lösen f strich von x gleich 0 f strich gebe ich gleich ein und dieses strich diese kleine apostroph bekommt ihr ja durch shift und dann auf diese hashtag taste eurer tastatur da ist das direkt neben der return taste und ihr seht ich habe nicht mal die gleichung eingegeben also ich habe ja nicht mal f strich von x gleich 0 eingegeben das hat er ganz automatisch gemacht ich mache es trotzdem noch einmal gleich 0 und ihr seht da ändert sich nichts wenn ich jetzt auf return drücke das heißt die beiden lösungen hier sind minus vier drittel und 0 das heißt an der stelle minus vier drittel das ist ungefähr und minus 1,3 periode beziehungsweise genau und an der stelle 0 seht ihr hier ist der tiefpunkt ich habe also hier die beiden x stellen schon für meine extremstellen meine möglichen ihr seht ihr habt ihr die zeichnung hier direkt nebenan das heißt ihr seht ja jetzt auch wo ist ein tiefpunkt wo ist ein hoch und unten ist da auch einer ja das heißt das ist jetzt keine genaue berechnung denn dafür bräuchte ich ja noch die hinreichende bedingung das machen wir im nächsten video hier einfach nur mal den fall berechnen der extremstellen ja der möglichen extremstellen f strich von x gleich 0 wie mache ich das also hier noch mal eingegeben einfach nur löse eintippen dann erscheint ja ein kleines menü da seht ihr verschiedenste möglichkeiten wir brauchen gleich die erste lösegleichung und dann gebe ich nur ein f und dann dieses strich und schon hat das löse f strich das löst er automatisch dann sozusagen f strich von x gleich 0 ja das ergänzt er hier automatisch ihr könnt auch natürlich gleich die zweite ableitung gleich 0 setzen wenn ihr das braucht für die wendepunkte für die wendestellen ist vollkommen identisch wenn ich also hier wissen möchte wo sind die wendestellen ist ja die notwendige bedingung zweite ableitung gleich 0 setzen habe ich jetzt hier gemacht einfach nur mit löse f 2 strich und ja hier ungefähr bei minus 0,6 und so weiter da liegt ungefähr der wendepunkt sehe ich aha hier bei minus zwei drittel also minus 0,6 periode da befindet sich tatsächlich dieser wendepunkt also hier auch eine schöne übersicht natürlich muss man das rechnerisch in einer aufgabe noch mit der hinreichenden bedingung überprüfen hier aber jetzt nur mal wie finde ich die x werte der möglichen extremstellen und wendestellen ja ich würde sagen kurz und knapp jetzt wisst ihr wie es geht ist eigentlich eine einfache methode kann man schnell machen hat die funktion auch gleich grafisch da ich finde super was ich noch mal kurz sagen wollte natürlich könnt ihr auch noch viel einfacher es ging ja gerade um extremstellen die x werte berechnen und so weiter wenn ihr die hoch und tief punkte direkt euch anzeigen lassen wollt könnt ihr natürlich einfach nur auf diese drei punkte hier auf diese drei punkte hier klicken dann öffnet sich ein kleines menü mit dem untermenü die spezielle punkte so da ist es ihr könnt jetzt gerade gar nicht so gut sehen aber ich sag euch hier steht spezielle punkte da klickt ihr einmal auf spezielle punkte und ja hier steht jetzt schon die null stelle das eine extremum das andere extremum ja schon mit x und y wert angegeben und sogar noch der schnittpunkt mit der x-achse diese drei punkte könnt ihr euch natürlich auch sofort anzeigen lassen mit nur einem klick wenn es nur darum geht wo sind hoch und tief punkte wenn ihr natürlich aber verschiedene gleichungen lösen wollt oder für eure aufgabe das irgendwie noch besser aufschreiben müsst oder anders dann könnt ihr wie gesagt diese ganze geschichte ich könnte auch mit dem löse machen also kann ich also eine gleichung lösen und zwar nicht nur diese mit f' von x gleich 0 und ich könnte jede gleichung lösen ich könnte dann zum beispiel auch folgendes tun löse gleichung und dann die gleichung wo ist die funktion gleich 1 zum beispiel das heißt wo ist der y wert der funktion 1 bei welchen x stellen wenn ich das wissen will habe ich einfach nur die gleichung f und dann gleich 1 so zeigt er mir an wo ist der y wert 1 und das sehen wir hier habe ich ein y wert von 1 an der stelle 0 da steht es bei x gleich 0 ist der y wert 1 und wenn ich hier mal so rüber gehe waagerecht sehe ich aha hier direkt hier habe ich auch noch ein y wert von 1 und zwar direkt bei dem x wert minus 2 das zeigt er mir hier auch an ich kann also mit dieser löse löse mit diesen mit dieser löse option kann ich natürlich nicht nur null stellen oder extrem stellen finden sondern auch noch solche gleichung hier auflösen das kann man natürlich mit diesen speziellen punkten nicht diese speziellen punkte sind halt nur extrem stellen null stellen und das war's okay das noch mal als kleiner einschub also dann bis zum nächsten video euer andreas ich bin raus tschüss bis zum nächsten video